Hallo und herzlich willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World Und wir machen mal die Schnuffel-Levels So, in zwei Minuten dreißig müssen wir alle drei Schnuffels gefunden haben Genau Sag ich auch nicht Daunstrengend ist es aber auch nicht Ja, Schnuffels Ich hab das schon lange gemacht, spült Ich weiß gar nicht mehr, dass es geht Also rückwärts Gehst du runter rum Und jetzt spielen wir das Level halt rückwärts Was sind da Schnuffels? Da ist auch noch Na da Nee, Schnuffel Was ist der erste? Wo ist der erste? Gibt es da eigentlich auch normale? Ja komm Ich weiß nicht, ob es da auch normale Warte, ich mach es schon Nein, es gibt nur die Schnuffels Okay Was, dann gehen wir warte Ja, keine Ahnung Wir brauchen die Schnuffels Wir brauchen die Schnuffels Wir brauchen nur die Schnuffels Ich weiß nicht Ich weiß nicht Das müssen wir drücken Und Hattet ihr Papierflieger? Der macht euch mitnehmen Ja, den brauchen wir auch Äh, ich spiele fortsetzen Weil wir brauchen noch einen Schnuffelschnuffel Wo ist denn der Schnuffelschnuffel Wo ist denn der Schnuffelschnuffel Wo ist denn der Schnuffelschnuffel Den Wie ist das jetzt? Also da ist er Da hast du ihn schon Du hast alle gefunden Ich bin der Pflanzer bei mir So, jetzt müssen wir nur so schnell wie möglich ins Ziel kommen Und dann haben wir alles Recht gefunden Da ist das Ziel Und geschafft Ja, war es jetzt 2 Minuten 30? Ja, jetzt sehen Jetzt schauen wir mal Den haben wir, den haben wir Und War es alle 4 Geschafft Ich bin so überzeugend Das hat er raus Ich bin noch müder So, jetzt müssen wir noch die restlichen Bitten da erledigen Und dann haben wir da alles Und dann hat er überzeugt Gell 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 So, Bierflieger ist gefunden Ich bringe meine Blume So Wir brauchen 5 Milchflaschen Ich brauche Auf der Rückseite So, jetzt Jetzt können wir Milchflasche Mit Nein Ohne Ohne Wo gehe ich hin? Ohne Seid nicht mehr Jetzt ist egal Wir brauchen jetzt nur die 5 Milchflaschen Deswegen Deswegen Immer zuerst die Schnuffels machen Und dann Die Bitten Wenn wir auch 100% bei der Schule machen wollen Wenn du das machen willst Weil du ja nicht Können auch nicht 100% machen Ohja Milchflaschis Da machen wir noch keine Sachen Wir haben noch keine Wir haben noch keine Wie? Auf dich Spuck mich aus Bissl lauter kann ich schon reden, glaube ich Aber auch noch zu, 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 so, 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 so. Du musst darunter, wo ich bin Na, da Den einen Stoffel nehme ich mit So, da ist einmal eine Die Flasche Und dann schließen Ja, du musst Da hinten ist einer Ja, aber die kriegt man von da nicht Die kommt von vorne Komm, gut Das sind Eier, ja, alles Ja, du willst Eier? So, hol da welche So, dann schließen Da Da ist auch einer Die habe ich gar nicht gesehen Hast du mich gesehen, warum? Hier und da Er ist immer so, dass ich Genau in der Pflanze waren Da abfließen, weil die ist nervig So, wo war jetzt die eine? Die haben ja irgendwo noch eine gesehen Ja, die war hinten Also da Sehr schön Wie viele noch? Zwei Zwei Na komm mit Er ist aber nicht auf dem Betraut Trauch ist nicht mehr Da ist einmal Nicht beschießen Ist da Du musst halt schnell losern Einer fehlt noch Kommst du? Auf die letzte Stoffel draufschließen Darf ich? Die Wofür braucht man ja nichts mehr Wofür braucht man er nicht mehr? Wie ist das denn hier? Nee Aua, ist sicher, dass es was da ist? Finde Ja, war mal die Letzte Sie müssen er nicht mehr durch wir haben das schon alle schnuffels wir haben alle gefallen ja, wir haben alles gefunden es gibt nichts was am finden momentan ja, warte ja, warte, wo gehst du hin? wir suchen einmal das Kunstwerk auf der vorderseite und dann machen wir die schnuffels ein Kunstwerk wir suchen jetzt einmal alle Bitten bis wir nur noch die Rückseite machen müssen was ist was ist was ist was ist was ist was ist na komm da ist haben wir die Flunder im Flunderteller oder im Tellerflunder so, haben wir schon genug Münzen für den Automaten dann müssen wir dann schauen jetzt kann ich wie viel wir brauchen nächstes bitte Blattfisch, nicht Flunder ich sehe das selber ja Blumen sammeln nein wieso Blumen jetzt müssen wir die Vögel da abschießen aber zuerst schauen wir mal ob man genug Münzen für das haben ob man genug Münzen für das haben wo man alle 10 kaufen kann dann können wir es auch gleich machen dann können wir es auch gleich machen Kostümer 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 wir nehmen halb 25 Minuten auf das Reichtum so weiter gehts jetzt haben wir mal da die Bitten 6 Vögel 6 Vögel Vogels Vögel vielleicht schaffen wir das auch noch 100% das wäre gut Oh ja das schaffen wir schon mit Satan Gave oder nicht? Das ist nicht der Vogel das ist andere Vögel Ah ne, wo wir es? Wir müssen genau schauen, wo wir es holen. Da hinten ist einer. Ah. Ich hab dann was geschießen. Ja. Ich muss dann da schießen, weil wir nicht die ganze Zeit springen. Nein. Da. Einer 6 sind's. Ich mag mehr Eier haben. Wir brauchen keine Blumen mehr. Ja, ich hab die... Ja, unabsichtlich. Wir brauchen den... Blumen nicht mehr. Hast du den Vogel jetzt? Ja. Wir müssen genau schauen wegen den Vogeln. Ich kann nicht überall sagen. Auch im Hintergrund. Ah, wie... Das ist so nett. Wo ist der nächste? Ja, ich hab mal da. Da? Da ist er. Ich hab ja vergessen können. Ja, das ist ja auch da. Das ist ein normaler Vogel. Also der hat ja einen normalen Vogel. Ha, ha, ha. Das ist der Hund. Das ist der Hund. Jetzt hast du... Und du... Ich seh' keinen. Die haben wir mal langsam gewartet. Ah ja, hab ich genug. Ich auch. Ich schaue schon in den Hintergrund. Ich auch. Da ist einer. Warte, komm zurück. Ich bin schon da. Noch weiter zurück. Schatzi! Komm weiter zurück, ich komm eh schon. Du kommst gar nicht. Komm weiter zurück. Weiter. Ich bleib auf dir oben. Erst, ich muss auf dich drauf. Dann schieß. Erst. Verstehen. So. Dann haben wir den nächsten. So. Alter, das war krampf. Geh mal weiter, ich brauch Schallgas. Ja, nicht so weit. Ja, das darf ich auch. Da darf ich auch Schallgas haben. Oh, ich hab viel Feuer. Ich glaub das reicht. Sollte reicht. Weiß nicht. Was hat das da noch an? Ja. Da kommt der wieder. Da haben wir so lange gebraucht haben. Da ist sie. Ich hab einen gesehen, der ist da oben. Ich muss sie abschießen. Da bist du nicht mehr. Da hat zwei noch. Oder auf einen abschießen. Da hinten ist noch einer. So. Schieß. Ok. Upsch. Komm zurück. Oh, das ist auch. Komm her. Ja, ich geh. So. Schieß. da ist das mikrofon und nichts da ist es in japan du wartest ja auch nie auf mich ich warte warte darf ich da Eier haben so jetzt machen wir weiter einer fehlt doch ich hab den letzten nicht ah ist der letzte der letzte der letzte fast wir beenden der Fall ist anstrengend wir gehen eh gar nicht im Moment dazu für was zeigt es uns das überhaupt an so haben wir jetzt die Bitte jetzt schon langsam auf der Vorderseite alle wir kommen jetzt auf der Rückseite die Bitten oben dort so nächste Blume so ja du hast noch drei Krebse ich glaub die sind aber im Vordergrund da da oder ja vor der Seite drei Krebse oh Gott werden wir doch noch schaffen ja es gibt ja dann auch noch Bitten im Hintergrund machen wir halt die Schnuffels beim nächsten Mal wenn es jetzt nicht raus geht jetzt schauen wir mal weiß ich nicht so Ebs da rauf nein er hat sich nicht ach du er ist immer runter ja ich bin passt ja ich muss mehr aufnehmen da kommst du kurz runter ich mach schon ob da ein Krebse ist kommst du kurz runter ich seh nix alles krank ist krank dabei hast du es vorher gewusst nein oder wo kommst du ich geh mal weiter schaute ich geh mal weiter ich geh mal weiter nach rechts oder Was soll ich finde? Da ist einer. Okay. Warte. So, dann gehen wir mal da und schauen ob da noch ein anderes. Ja, den haben wir schon. Das ist ein Kugelfisch was da oben ist, gell? Wollt grad hüpfen was machst du? Hm, du Scheiße. So, warte zuerst unten. Vielleicht mit Oktopus suchen müssen, der ist da. Vielleicht mit Oktopus suchen müssen. Ich glaub schon. Warte nicht. Wartest du? Ja. Da ist der nächste. Ich will schissen. Ich will schon auf die Tür gehen, sonst tust du noch. Ich scheiß jetzt erst. Ich hab schon drauf geschossen. Ja. Welche hörst du? Ah, Katzen. Einer fehlt noch, das glaub ich am Schluss. Ich bin ja auch drüber, war das. Du musst jetzt da dann ja nichts sagen. Das war gut gemacht. Das war auch sehr gut. So. Also. Ich will schießen. Du schießt? So ist sie. Ich stimme mehr mich als sing das andere aus. Kann nicht zielen. Aber auf mich kannst du zielen. Nicht so gut. So. Was müssen wir jetzt noch suchen? Tausend Sachen wahrscheinlich. Das mit den Bitten ist ein bisschen anstrengend. Was kommt jetzt? Weiß ich nicht. Mit einer Blumen. Blumen kriegt man immer. So. Beraten für. Auf der Rückseite des Hafens. Das heißt wir machen zuerst den Hafen. So. Mit der Stufelchen jagt. Drei Minuten haben wir Zeit für die Schnufels. Zuerst Schnufels, dann alles andere. Nur drei Minuten? Ja. Muss man halt schnell sagen. Falls wir das Beratenschiff finden, nehmen wir es halt gleich mit. Guck. 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 Da. Oh, das ist halt ein rotes Segel. Das ist auch nütch. Mach nütch. Sie müssen einfach nur durchdrehen, Schatz. Du bleibst im Ei. Du bleibst dabei im Ei. Ich mach das mit der Stoffel. Ich kann dabei lernen. Ich kann nicht ein Ei bleiben. Ich kann nicht ein Ei bleiben. Wuff, wuff, wuff. Da. Nein. Wuffel. So. Wuffel eins. Ich steck dann da. Ja, dann bleib im Ei. Ja, ich bleib im Ei. Alter. Ach. Da ist der Stoffel. Ja, ich weiß. Ich weiß ja noch, die groß sind. Ja, ich muss ja nur... Oh, das ist ein Stoffelchen zwar. Oh, kommst du raus. Du bist grüßt. Du musst ja nur... Ich bleib hinter dir. Du musst mal mitzunehmen. Ich bin ein Ei mit. So, es war jeder Zeit offen. Ich bin ein Ei mitzunehmen. Ich bin wieder nah. Warte, da kann der Schlitter sein. Ist er da? Nein. Ich bin ein Ei mitzunehmen. Ich bin ein Ei mitzunehmen. Das ist das Beratenschiff. Das haben wir mal. Äh, nein. Nicht beenden. Fortsetzen. Du Scheiß, Plop. Du geh mal drauf hin. So, wo ist der letzte Schlüssel? Ja, nicht. Ich sehe nichts. Da kann er sein. Wieso treffe ich ihn nicht? So. Jetzt haben wir alles. So, hoffentlich geht es jetzt noch Zeit aus. Nein. Nein, einfach. So. Und geschafft. Weiß ich nicht. Naja, ich bin auch der Blumen in der Hand. In der Hand. In der Hand. So, jetzt haben wir die Schnuffels plus das Beratenschiff. Das geht eh ja nicht. Aber es ist schön, wenn wir das so machen. Aber irgendwann kommen Levels, wo wir das wahrscheinlich nicht mehr so schön schaffen werden. Ja, das kann ich auch. So, wieder später. Wo? Ich bin ein Hundi. Was? Ist das 21 Minuten? Ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Ich bin jetzt das letzte Pintenfisch. Den haben wir schon gesehen. Nein, der ist auf der Rückseite von da jetzt. Von da jetzt. Von da jetzt, genau. Das heißt, drei Minuten dreißig haben wir Zeit für das zu schaffen. Für alle drei Schnuffels. Und wenn wir Glück haben, finden wir den Tintenfisch auch noch. Ich suche den Tintenfisch oder die Schnuffels. Das ist ja guter Auftrag. Schauen wir mal. Tintenfisch. Wo bist du? Wahrscheinlich kriege ich... Ich bin schon wieder ein Arzt. Ja, da brauchst du einfach nur schauen. Und mir sagen, wo irgendwas ist. Theoretisch. Nun bleib ich ein Arzt. Ja, wenn es runterfällt, ist es egal. Ich hab schon einen gehört. Da auf und da. He! Oh Dreckiger. Falte einfach runter. Au. Wo ist er? Da hinten ist er. Da hinten ist er. Ach. Ich will rennen. Was machst du? Renn. Wohin? Rechts. Der Schnuffel ans. Ich muss noch schnell sagen, Schätz. Ich muss noch schnell sagen, Schätz. Oh. 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 So. So. Like off. Oh. Oh. ich will spiele auch nicht so jetzt gehen wir da unten, da ist ein Tintenfisch ich brauche nur noch den letzten Schnuffel ich habe noch nicht gehört ich muss aber auch irgendwo da drauf drauf vielleicht kommen wir da hoch ganz eigentlich auch von hier oben ja, klar, ich werde hier oben ich habe es noch nicht gehört einer fehlt noch da ist er irgendwo da ist er aber der warnt nach vorne ja, ich habe es gesehen wie ist er jetzt kleiner, aber ich sehe ihn nicht kleiner, aber ich sehe ihn nicht kleiner, aber ich sehe ihn nicht, hallo wo ist er da 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 ist er ich glaube nämlich nicht, dass wir es jetzt in der Zeit noch geschafft haben 3 Minuten 30 schau mal nein, da haben wir noch die Flumen in den nicht genau so die Bitten machen wir noch fertig schauen wir mal, wie viel wir jetzt noch haben dann brauchen wir zum nächsten Warte, ich darfst da nochmal die Bücken machen. Kann man die jetzt noch fertig machen? So, Dampfboot. Auf der Rückseite des Aufens. So, wie viel... Ja, warte, wie viel haben wir denn? Äh... Also mit Y kann ich schauen. Äh... Das sind ja die letzten zwei. Ja, passt. So. Zurückseite ist die Dampf-Lock. Ja, wir brauchen jetzt die Unter-Schnuffel sonst keine Sorgen mehr machen. Wir müssen einfach nur die Dampf-Lock finden. Ja, Dampf-Lock. Dampfboot. Genau, der Dampf-Lock. Hut-Hut. Und doof. Gell? Die Dampf-Lock. Also ich hab gemerkt, dass ich kein Dings mehr habe. Ich hab' einen Dings-Lock. Ich hab' einen Dings-Lock. Mhh... so, ich baue bei... Danke. Danke... Ich hab' einen Dings-Lock. so eins haben wir noch eine bitte weil warum das nächste fahrt nicht extra die bieten da machen können kann man gleich komplett durch starten mit dem dritten kapitel das haben wir ja schon freig schalten anemonen fischer glaube ich streifen fischer deutsch also suchen wir jetzt noch die streifen fischer und dann was dann haben wir nicht fängt schon gut an das ist ja normal ey ich lasse die Ballons aus ja die Kugelfische warte ich mach den ein Kugel haben warum? ja aber dann hab ich endlich Schuss ja komm ach nicht verstecken ich weiß dass wir den Schluffel nicht brauchen aber ich will unendlich Schuss haben da ist einer ist da links auch noch was? nein ich geh mal weiter ich mag den einen Schluffel nur haben da ist einer ich mag ihn nur haben wegen der unendlichen Munition für mehr will ich ihn gar nicht jetzt grad weil dann kann ich unendlich schießen und brauche noch mal ah ja kann ich sagen mal weiss ich genau so macht er das nicht anders so ja bleib oben ich bleib oben sind sie am dick gewinnst ja ziehen ja vielleicht ist da einer schieß einmal ich mag die ganze Zeit schießen da ist einer ich hab schon gesehen da ist einer wir haben nur noch drei da war keiner da oben ist nix da ist einer aber da müssen wir zuerst den Weg reinmachen so so da aber ich hab ihn ja schieß jetzt sehen wir das hab ich von vorher gesehen ich nicht da ist glaube ich keiner also ich sehe auf jeden fall keiner da muss eigentlich einer auf dem Baum sein oder ich glaub nicht ich kann keinem ich auch nicht da müssen wir aufpassen ich glaub auf dem Baum ist aber einer vielleicht da oben vielleicht weiß ich nicht da unten ist einer ich sage siehst du denn das sieht man nicht nur weil der Fahrstuhl vorne ist siehst du denn du sollst nicht das absch- danke geh runter wo ist er geh runter so und wie das war ich schon der letzte ich hab mir doch da noch viel noch geschafft so das war jetzt die letzte Bitte wir haben 31 Minuten für zwei Welten komplett dafür war wie dieses erfolgreich der Fahrrad hat man mehr geschafft als in 5 Monaten wie ist er die Wahrheit so weit hätte man schon längst sein können so 100% so jetzt gehen wir noch dorthin und hören da auf so als nächstes kommt los los land verkehrt und dann machen wir das andere also die Bücken gehen aus dem alles geschafft haben ja wir können sie erst das auch machen ja wir können sie erst das auch machen ja wir können sie erst das auch machen ja aber jetzt machen wir das das dann machen wir das 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 nächste Mal dann ja jedes nächste Mal so ich hoffe der Part hat euch gefallen können ja auch würde ich mich über ein Abo freuen und über ein Like natürlich auch bis zum nächsten Mal zu bald und ciao tschüss 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 tschüss